Hallo YouTube, herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Dragon Age Inquisition. Ja, was machen wir? Wir hätten hier noch ein Riss, den wir machen können, da haben wir auch noch eine Aufgabe. Ach, wir müssen das erleben, genau. Okay, dann gehen wir so irgendwie da rum. Machen wir das, damit wir unsere Wölfe bekommen, äh Wölfe, Pferde. Was ist denn der? Oh, da. Oh, Totenkopf. Ich glaube, der Riss ist nur nix für uns. Was ist denn der Riss? Wo ist es? Wo ist er? Genau. Wie komme ich jetzt an diesen blöden Riss da rum? Wer hat schon einen auf die Mütze gekriegt? Warte ich holen. Varric. Ja, macht ihr mal erst. Ich muss mich im Moment verstecken. Ich weiß, dass ich wieder unsichtbar bin, dann kann ich die nächsten wiederholen. Sohle ist zum Beispiel. Steht mir bei, ja. Oh, wieder. Ja. Ich hätte gehen gern. Ich muss mich wieder unsichtbar machen. Ja, also der Riss ist noch zu stark. Das bringt auch nichts, wenn wir da jetzt zehnmal hinrennen, deswegen machen wir den Riss nicht. Wir machen die Wölfe als erstes. So. Wölfe. Hast den Riss erstmal da? So. Das ist mein Plan. Was ist dein blöd Kult? Gut. Oh, mein Inuita ist ja voll. Ja, ich denke, wenn ich das mit den Wölfen erledigt habe... Dann... ...sollten wir... ...huch mal nach... ...nach... ...nach helfen gehen. Sieht besser, also fühlt sich gut aus. Aber unsere ist besser. Mist. Zerstören. Setz mir den auf. Zerstören. Solis hat alles hier auch. Werrick auch. Kommt noch Accessoires verteilen. ... Okay. Er hat... ... ...kriegt er für den besten Eismine. Kann er nehmen. Ach, er hat jetzt beide. Mach den weg. Gürtel hat er. Gürtel hat er. Gürtel hat er. Satz bereitschaften. Gürtel hat er auch. Gürtel hat er. Gürtel hat er. Gürtel hat er. Das wollte ich halt behalten. Ich finde das noch schön, aber weg damit. Wir müssen unbedingt noch heben, mit dem Silberarmband. Mavaritothen. Antibonische Adalassa. Okay. Okay. Das müssen die Wölfe sein, vor denen uns Meister Danils Frau gewarnt hat. Hol dich der Erbauer. Warum ist das so überrascht? Hunde Leder. Das war wohl nicht alles, was wir in die Höhle des Löwen da rein? Wenn ich sage, in die Höhle der Wölfe. Okay. 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 Die Wölfe bedanken sich mit einem Jaulen. Sehr gut. Hätten wir das auch erledigt. Hunde Leder. Und nix. Elfenwurzel, Monix, Zeichen des Leitwolfes, okay, Kristallsägen. Oh, da kann man hoch, da kann man auch hin. Da ist was, ein Kächtchen, ferellische Soldatenhelm. Nehmen wir, vielleicht für Kassandra, ein besserer Helm. Ja, den kannst du nehmen. Den verschrotten wir. Was ist denn mal so eine Pflanze? Oh, hier ist noch eine Kiste. Springfeuergürtel. Best abgeschlossen. Dass die Wölfe kein Problem mehr sind, ja. Warte jetzt mal, ich hab, da ist noch was. Gold, ungebogener Stabgriff. Ich geh mal runter. Aua. So. Boah, hab ich mich erschrocken. Gibt's sonst noch was hier? Ich gucke mal noch ein bisschen. Hier hinten. Wo ist das wieder der Ausgang? Nee, da ist noch was. Todes Wurz und Tiefenpilz. Und hier haben wir ein Mosaik. Und hier haben wir Geld. Gut. Ja. Aber ansonsten. Was ist das für ein Geräusch? Ah, hier geht's wieder raus. Nee, ich wollte gucken, ob wir auch alles haben. Also, wir waren da oben. Höhle. Ja, wir sind in der Höhle. Hier waren die Leichen. Oben waren wir auch. Dann haben wir alles. Ich hab immer das Gefühl, ich vergesse was. Deswegen gucke ich lieber dreimal. Das ist der Ausgang. Ich guck noch mal. Ich geh jetzt mal hier hoch. Oh, sonst hätt's ja schon ping-ping irgendwas gemacht. Oh, ich bin nur da. Hier bin ich zur anderen Seite auch rüber. Da war ne Kiste. Bin ich hier auch rüber. Ja. Aua, Fuß wie getan. Gut. Ja, dann machen wir, dass wir Bescheid geben. Ich bin schon wieder falsch. Du wirst auskommen. Ja. Also, falls ich was vergessen habe, sagt's Bescheid. Aber ich denke nicht. Ach, ich hab mich jetzt verlaufen. Wo schimmert das denn da so kommen? Was ist denn jetzt der Ausgang? Ich bin dreimal dran vorbeigelaufen. Jetzt hab ich vergessen, wo es ist. Aua. Da. Ups. Gut. Erledigt. Dann teilen wir das mit. Und dann gehen wir nach Helgen zurück. Denn... Ach ja, da ist... Warte nicht. Irgendwo noch ne Quest? Der Wissens eines Bauers. Ja, aber da ist ja das da noch. Das bringt ja nix. Können wir da hin schnell reißen? Nein. Ach, hör doch mal auf. Moment. Können wir zum Lager. Aber wenn wir sowieso... Dann machen wir doch den hier. Das mit dem Riss, das ist halt echt unsichtbar. Wo soll der sein? Wo hat der sich verschanzt? Was sind denn hier? Okay. Hier ist auch unser Lager. Ist denn der? Da oben vielleicht? Oder irgendwo hoch? Mann, diese Geräusche ewig. Ja, ist halt der blöde Riss da. Hallo? Ach, der muss da drum sein. Wir haben die Region nach Ressourcen abgesucht. Sehr schön. Keine leichte Aufgabe angesichts der jüngsten Probleme. Okay, danke. Wir haben hier einige Vorräte, die ihr vielleicht gebrauchen könnt. Es ist angenehm, euch auf unseren Reisen bei uns zu wissen, Sucherin. Ihr nennt mich nur äußerst selten bei meinem Namen, Solis. Was ist der Grund dafür? Manieren vielleicht? Manieren haben euch bei anderen Gelegenheiten auch nicht gebremst. Ich sage das, was ich für die Wahrheit halte. Selbst wenn es jene verärgert, die die Lüge bevorzugen würden. In dem, was ihr seid, steckt jedoch keine Lüge. Eure Stellung ist ehrenvoll und wohlverdient. So, so soll es. So, wo ist denn das Bison? Da! Da ist noch ne Elfenwurzel. Aber wie krieg ich den an den... Ist vorbei. Oh. Leiche. Da müssen wir mal gucken, wie wir den... Wir sind Baten vom Bauern. Hoffentlich stirbt er mir nicht. Hallo? Komm. Wir gehen nach Hause. Aber ich muss auf Karte gucken. Einfach. Komm. Komm. Komm, Dicker. Komm. 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 Aber beim Rista. Wenn sie mir unsichtbar machen. Kommt er? Kam. Das ist da hinten ein Buggy. Oh mein Gott. Hey du. Voll Pfosten. Komm jetzt. Das kann dauern. Wir bringen ihn mal eben nach Hause, ist wohl nicht. Vielleicht, weil die da stehen. Na gut, ich würde sagen, ich beende den Part. Der hängt da fest. Äh, bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentartipps und Tricks für immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Im nächsten Part schauen wir mal, ob wir ihn da wegkriegen. Er kommt. Also, bis zum nächsten Mal. Adios. Also, bis zum nächsten Mal.